Erstmal in der Sonne entspannen. Wann ist eigentlich Weihnachten? Was? In unter 100 Tagen schon? Bevor alle Weihnachtssachen ausverkauft sind, bin ich schnell zu Lidl gefahren. Dort habe ich dann erstmal die ganzen Weihnachtssüßigkeiten gekauft. Es ist dann doch ein bisschen viel geworden, aber von Weihnachtssüßigkeiten kann man nie genug haben, denn ich liebe Lebkuchen, Schoko-Weihnachtsmänner, Christstollen und Spekulatius. Ich habe so viel davon gegessen, ich hatte immer weniger und fing an mir Sorgen zu machen, dass es nicht reicht. Also bin ich wieder los, um noch mehr zu holen. Freunde, ich sag's euch, beeilt euch, bevor ihr nichts mehr bekommt. Weihnachten steht vor der Tür und wer jetzt noch keine Weihnachtseinkäufe getätigt hat, ist meiner Meinung nach maximal lost.